Freitag, wir sind am Freitag und der Freitag ist toll, der Friday, da-dum, da-dum, Friday-time, Friday-time, Friday, it's Friday, dude steht bevor seine Wohnwagen. Stupid alternator. Let's see. Ah, ooh, can't forget to pick up that package. Wonder what's in it. Hmm, guess I need to go here for that. Ah, can't forget Uncle Dave's birthday. He always throw such excellent parties at the compound. Now where is that? Hmm, hmm. Man, I sure hope I get to sleep in tomorrow. Oh, I definitely need to get this looked at. Let's see. Ah. Ja, dude hat eine Blasenentzündung und deswegen kann er nicht pullern. Außer er kriegt Schalben davon. Glad to see, my Tax-Dollars aren't going to waste. Ähm, ja. I just can't get a clear shot. Ja. Ja. Also irgendjemand scheint hier irgendwas verwüstet zu haben und das finde ich traurig, denn sowas macht man nicht. Man tötet nicht einfach wehrlose Leute. Aber, ich darf das. Okay, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen zu... Äh, zur Klinik und dann gehen wir zu Uncle Dave. Weil es gerade so auf einer Linie ungefähr liegt und da können wir dann ganz leicht hingehen. Hallo. Weil die hat mir wieder versucht, ein Foto einzufügen oder sowas. Das sieht komisch aus. Die sind alle... Ein paar von denen sehen wirklich so aus, als ob die ja versucht haben, ein Foto für die Gesichter einzufügen. Und das sieht komisch aus. Oh, Katzi. Mein... Zwölf Katzen. Wow. Äh, ich sollte zur Klinik gehen. Äh, Church, bla bla, ja, da lang. Oh, hallo Polizei, auch das mitten im Weg steht. Und hallo Ladezone, ich liebe dich, liebe dich, liebe dich. Äh, lass uns ganz viele kleine Ladezonen machen. Äh, die dann ganzes Spiel verteilen. Das wird Spaß, das wird freudig. Und... Hi, Guy. 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 Äh, okay. Ist da wieder so ein cooler Typ, der uns irgendwo immerhin mitnehmen will? Nein, natürlich nicht. Hi, du hast einen coolen Hut. Cooler Hut. Eri? Cooler Hut. Ja, und... Heute ist Freitag, das heißt, es ist der letzte Tag der Woche von Post-it 2. Das heißt, das Spiel ist bald zu Ende. Danach kommt dann das Add-on. The Add-on. Und das Add-on ist wirklich... Also, das ist anders als das hier. Ich kann ja mal... Erklär ich jetzt schon. Nein, das erklär ich dann, wenn... Das... Ist... Was da anders ist. Hey, erschießt mich doch. Ja, los, erschießt ihn, erschießt ihn, erschießt ihn. Los, erschießt ihn. Los, los, los. Oh, ja, ihn auch. Boah, ich muss sich scheiße jetzt wegwerfen. Oh, weg damit. Weg damit, verheißen. Schießt ihn, die dort alle hassen sich. Damit, warum können wir nicht alle uns liefern? Alle, wir können sich doch liefern und sich umarmen. Der großer Dildo. Hey, Kids, you burned the cold day mix to you, they are probably with a police from three of America. Hello, my friends. Hello, my awesome friends. Ui. Komisch, aber wenn eine Waffe zieht, dann steht einer schießen, die anderen, aber wenn den auf den Kopf springt, dann nicht. Komisches Spiel, aber es ist lustig, finde ich. Der Humor ist toll. Police Station, da wollen wir noch nicht hin und... Ich meine zum Elefantending, nein. Das Elefantendinger spare ich euch, da gibt es eh nicht viel zu sehen. Da kann man, glaube ich, nur Elefantensteak kaufen. Das dann genauso ist wie jedes andere Essen auch. Aber man kann auf Elefanten reiten und das finde ich lustig. Könnten wir vielleicht später nochmal machen. Oh, Dildo mit ganz vielen Dingern dran. So, wir müssen da lang zu unserer Klinik. Und eine Frau. Hallo, Frau. Du hast nichts gesehen. Hast du was gesehen, Fettsack? Gut, so. So, dann gehen wir zur... Da steht Klinik. Und da steht so ein Ding, das wir schon da, glaube ich, in der Schule da gesehen haben, mit den ganzen Zombies. Aber was eigentlich erst jetzt auftaucht, oder wenn man vorher schon mal in die Klinik reingegangen ist, aber da sind wir noch nicht reingegangen. Und ja. Wo lang... Wo lang müssen wir? Da müssen wir lang. Oh, können wir da oben hoch? Ich will da oben hoch. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Ich will, ich will, ich will. Geht da hoch. Geht da hoch. Geht nicht, schade. Ja, geh da hoch. Hm, was ist das hier? Die Gegend kenne ich noch nicht. Hä, was wollten ihr jetzt? Warum jagt ihr das Ding in die Luft? Übrigens, zum Schluss reagieren die ganzen Leute genauso, wie ich reagieren würde. Oh, mal ehrlich. Ich würde es auch nicht anders machen, aber das dauert noch ein paar Parts, bis wir das haben. Hallo, Frau. Hallo, Hund. Die Hunde werden dann auch noch eine kleine Rolle spielen, aber die ist jetzt nicht so wichtig. Die Katzen sind da schon eine wichtigere Rolle. Ja, ich will zur Klinik und die ist da, glaube ich, irgendwo. Klinik, hört auf zu schießen. Habt ihr hier halt mal alle lieb? Oh mein Gott. Warum könnt ihr euch nicht alle lieb haben? Wo sind wir hier? Wir müssen auf jeden Fall hoch. In die Zivilisation zurück. Äh, geh da weg. So, da hoch rein. Ne, nicht da rein, dann schießen die uns wieder ab. Hier kann man doch, glaube ich, auch zur Klinik. So lang, oder? Oh. Jetzt sind sie tot. Haha. Oh, wie sie bluten. Haha. Dam, 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 dam. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Was, Freude. An der Starndarm. An der Starndarm. So. Ich hoffe ja, dass meine Eltern, die es jetzt vielleicht nicht mal sehen werden. Klinik. Wie sind die, glaube ich, komplett falsch? Wir müssen nicht da rüber, glaube ich. Glaube ich, jo. Jo, 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 ich glaube schon. Also, geh nochmal. Oh, geh weg. Oh, du bist hier nicht tot, Digga. Oh, hier kann ich aber was zeigen. Ähm, ich will nur seinen Kopf abschlagen. So, ich will nur den Kopf ab. Huch. So. Ähm. Warum hab ich schon, warum hab ich schon wieder sind, die hier? Äh, hab das Ding weg. Okay, hat nicht geklappt. Warum hab ich da schon wieder so ein Drecks... ...Ding gehabt? Ich wollte das eigentlich wegwerfen. Weil das extrem nervig ist. Okay, ich werd jetzt hier zur Klinik. Aber wir waren da vorne und hier ging es nicht weiter. Aber hier muss es weitergehen und nach vorne waren Schilder, das ist da zur Klinik geht. Ach, hier. Hier durch. Jo, genau. Glaub ich. Gehen wir nochmal da durch. Uh, hier ist was kaputt. Da will ich gucken. Da will ich gucken. Gucken, gucken, gucken. Cookie, cookie machen. Uh, Hearspacks. Hier sind Packs. Sie sind besser als Quackpipes. Denn sie machen nicht abhängig und sind nur gut. Oh mein Gott. Wie jetzt? Im Briefkasten kann ich wegtreten, aber so ein Kasten nicht. Da ist Blut drin. Ich will hier gar nicht weiter gucken. Wir gehen hier durch. Loadzone. Los. Oh, Lichter. Lichter brennen. Brennen, brennen, brennen. Ich hab irgendwie nur Augen davon. Ja. Weiter. Da dann. Da lang. Äh, du bist irgendwie fett. Du bist aber nicht fett als die anderen. Du hast nur von hinten fett aus, denn du bist fett. Fetter Hund. Ähm. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Lang, lang, lang. Dang, dang. Ich hoffe, dass alles aufgenommen wird. Denn wenn nicht, dann wäre das eine riesengroße... Äh, etwas schreckliches wär das. Weil ich vor allem nur ein... 1 Minuten 30 Video oder so hochgeladen habe. Denn, das ist traurig. Denn, wir haben keins... ...mehr. ...heh. Hi there. Kann anyone help you? Hm. I'm experiencing a sort of burning, itching, spewing kind of effect. Hm. Could you pull down your pants and let me take a look? Hm. Hm. Hm.